Hallihallo meine Süßen, ja das ist auch Süpprinken. Ach Gott, ja, naja, jetzt haben wir Adventskalender, steht parat, ja, wo haben wir jetzt heute, das 13., hab ich schon wieder, nein, nein, das haben wir ja eh gestern, gell, ja, das war gut, sonst hab ich mir gedacht, jetzt hab ich mich schon wieder verhallelt, na wirklich, nein, passt eh alles, also da ist heute der 13., den werden wir jetzt da, ups, öffnen, sehr gut, dann heben wir das raus, na, bist du halt wieder ein Spänstig, ein bisschen, oder, ja, ich müsste aber trotzdem gegessen, so, schwupp, weg bist, und heute haben wir wieder ein großes, hm, was wird da wohl drinnen sein, ich wüsste es nicht, von der Größe her, hm, 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 vielleicht ein Stencil oder ein Stempel, ne, bin nehmen wir ja alles auf, ja, da haben wir jetzt wieder einmal so ein schönes, also das ist auch wieder so ein Stempel nach meinem Geschmack, nein der ist auch wieder sehr 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 schön, ich sehe da die Nummer 614, sehr schön, und ein paar so Poststemperl, da mein 13er, ich liebe das immer so im Post und dann so drüber tut, gell, so, na dann, machen wir den Griff ins Kuvert, ja, und schauen, dass wir nichts vergessen, ja, so, jetzt sind wir wieder einmal da, wisst ihr unsere Seiten, unsere Bücher, Buchseiten, merklichen Beschwerden, ok, ja, was heißt du, Speyerischen Reichsabschiedeskornung, aus der Speyerer Protestschrift, oh, so, na dann muss ich wieder meinen Onkel Google befaugen, was das so genau ist, wir wollen uns ja ein bisschen bilden, bilden auch nicht, ja, ich weiß, die anderen sagen, ach, mein Gott, ich pick das wo auf, nein, ich nicht, ich tu die, ui, was bist du doch schönes, na komm her da, so, also, da haben wir die Universitätsphilosophie, denn was, welch eine Qualität, den Ausschlag gibt, den Mann erhöht, aha, ok, ach, der Mann, oder Mann, das haben wir noch damals anders geschrieben, mit umständlicher Gravität, hm, da kommen ein paar Prinzen, haben wir da, dann haben wir da in Don Fröbenio, ja, die Geschichte, meine Liebe, ist zu Ende, oi, mit der Dona Laura, na, die ist mit einem, die ist mit einem Schweizer verschwunden, die ist aber auch nicht nett, ne, was haben wir da wieder, ah, jetzt haben wir wieder in Meere und in Beere, unsere zwei Freunde, unsere zwei französischen Freunde, bonjour, messieurs, bonjour, madame, na, kann schon fliegen nach Amerika, sage ich nach Frankreich, ah, ui, der Vater und die Tochter, na, das ist schon sehr, also, das ist da dieser Baron, dann Glas, ja, ja, der dürfte eine Tochter gehabt haben, ui, meine Tochter rief auch mit scharfer Stimme, die Eugenie, siehst du, das ist die Eugenie, und dann ist ein Augenblick des Schweigens entstanden, so, da haben wir wieder so ein kleines Ticket, dann hat es da wieder so schön gemacht, was steht da oben, ah, also wisst ihr, wieder so eine Waschidee auf die Ort, Buchseite, und da hat es was drauf, im Post, mit so einer schönen Schreibschrift, also, von dem her, Voyage, irgend sowas, ja, schaut auch sehr schön aus, das heißt da, ist auch lieb, so eine kleine Rieche, so kink und fertig, auch steht da oben, Telegraph, Office, das kannst du nicht so lesen, aber es lieb gemacht, gell, da hat es auch herumgekleckselt mit Kaffee, glaub ich, ja, hinten ist auch ein wenig, und da hat es dann wieder so ein schönes, jetzt, ja, wieder so eine Rechnung, na so, ja, 22. Juli, sorry, na so, entschuldig, ja, man muss im Advent auch manchmal holsten, das ist so, gell, es wird nicht besser, ich muss mir ein Schluckchen trinken, vielleicht wird es dann besser, hm, 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 so, ein kleines Fröschlein im Halse, ach, warum klebst denn du schon wieder da drauf, so, auch einmal, ah, mir sagt Patricia, weil du mich wieder draufgelegt hast, ach, ach, Gott, nein, so, das wird, also der große Stempel wird jetzt ausgepackt, das war ein Stempel, ha, na ja, so, schnibbeln wir nur rein, ganz fein, so, ich bin schon, oh, 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 na geh, so, wie geht es denn euch in der Adventszeit, habt ihr auch schon viele Türchen aufgemacht und, äh, viele Kekse genascht und so weiter, ich hab schon Kekse genascht, ich geh jedes Mal, wir haben so ein Tellerchen im Esszimmer stehen und da sind halt die guten Kekse oben, von der Schwiemu, von der Schwiegermutter, ja, und wir gehen dauernd vorbei und, na wer, hm, hm, ich weiß es nicht, ach, okay, also ich bin kein Stempel, ich bin ein Block und da werden wir jetzt mal wieder gucken, was das für ein Schwiegermutter ist, so, das heißt, wir müssen die Kerze ein bisschen da auf die Seite und jetzt geht's los, Ach, Jesus, ist der herzig, oh, mein Gott, ach, ist der süß, ist der süß, ist der süß, oh, 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 believe in the magic of Christmas, oh, 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 oh Wollen wir uns jetzt natürlich durchgucken. Das heißt, ihr müsst wieder die Köpfe drehen. Ja, ein bisschen Spurt im Advent tut auch gut. Eih, schau, da sind da so kleine folierte Grießbäumchen. Ah, süß. Oh, das ist aber auch sehr schön. Ah, ich kann mich schon erinnern, da hat das Käferli gesagt, der ist so schön, der Block, weil das einmal nicht so diese typischen Christmas-Formen sind. Ja, ah. Ui, was haben wir da? Köpfe drehen? Mhm, da sind ein Grießbaum und da haben sie auch lieb, gell? Was ist das? Einfach nur so ein Fettchen mit Kugeln drauf? Oder ist das über eine Kugel, gell? Wahrscheinlich über eine Kugel, gell? Auch keine schlechte Idee. Da haben wir andere Bäumchen. Ja, was haben wir da? Ach, Gott, ist das süß. Gell, da schaut mal. Mit dem Eichkatzel, mit dem Orchkatzel. Orchkatzelschwurf. Und da der Nicola, der ist so der Fuchs. Ist ein Butch um die Eile, ha? Und da haben wir so schöne Schneekuppen. Ach, da ist es auch wieder. Und die sind auch wieder so für den 24. Äh, für den 24. Sag ich, für den Adventskalender. Lauter kleine Baumkugeln. Mhm. Christbaumkugeln. So, jetzt, da haben wir es. Das ist auch wieder schön. Also, das gefällt mir sehr gut. Ja, was ist das? Ah, so kleine Zuckerl und ein Sternderl und da so ein Tannenzapfen. Und, mhm, das ist auch wieder sehr schön. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses Dunkel mit diesem rosa und ein bisschen. Schau, einfach eine schöne rosane Seite. Das hat's, ach Gott, ach Gott. Schau, wie lieb. Schön, die Masken da, ha? Und der Fuchs ist putzig. Und der Schirm ist schön. Hey, da war das Schaukelpferd. Rockin' around the Christmas tree. Da, 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 da. Nein, ich sing euch jetzt nichts vor. Schneemann, du lieb. Ah, lieb. Oh, das ist schön. Das kann man nicht so schneiden, gell. Das ist so schön angeordnet. Das geht nicht. Mh, jetzt haben wir wieder so ein rosa mit so einem Schneeflockerl. Oh, ja, wir lieben es, wir glitzern und wir schimmern, ja. Ui, das ist auch wieder schön. Eben, weil es sagt, dass man zu Weihnachten nicht Blümchen. Es gibt ja auch Christbaumsterne, hast du die Blümchen, glaube ich, gehört. Der Pflanzstück, da ist es sehr schade. Und er mit seinen kleinen Handschucherl. Und da die Eule. Mh, das ist sehr süß. Da mit seinen Schalen, mit seinen Hauberl. Da. Also er ist süß. Christmas Dinner. Da, er ist so lieb. Ist das gemacht. Und die Farben sind super schön. Da haben wir auch diese Bäumchen. Cool. Ui, da haben wir Schirme. Mhm. Schirme zu Weihnachten. Na ja, wenn es schneit, brauchen wir auch einen Schirme, ne? Jetzt haben wir Schwammerln. Wie lieb. Ja. Weihnachtsschwammerln. Ja. Gibt es nicht nur im Wald, die Weihnachtsschwammerln. Da reden auch welche auf der Straße. Verdammt, aber ist geil. Sehr schön, mit so einem paar roten Muster. Gefällt mir ausnehmend gut. Und ja, wenn wir Masken. Mhm. Na ja, du hast halt am heiligen Abend, setz dir eine Maske auf. Jetzt ist es so Venezi, 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 Venezi. Na, aber die haben wir auch nicht am Hinterkopf. Venezische Masken. Stimmt das? Venezige? Also Masken setzt du auf und magst die geheimnisvoll unter den Christbaum. Das ist ja auch was, oder? Ach Gott, ich kann es nicht mehr. Ich sollte mir vielleicht irgendwelche Sprachperlen zu Weihnachten wünschen. So, also ihr seht es da, aber das tun wir jetzt nicht da aufbitten. Ihr seht es da ein wunderschönes, da muss man es auch noch da herlegen. So, mit dem schönen Panderl. So, eins, zwei, drei. Okay, das Licht ist vorbei. Ein Wünsche, ich weiß, bis morgen. So, noch holes, was ich Hmm? Bis bekommst du ja. B ascunu. Okay, bis hier. Bistliber. 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 gangsk.